hallo willkommen zu einem neues video von pixagun 3d wir spielen punktgewin modus das macht wirklich das macht mir sehr spaß leute und ja ich will jetzt noch sagen morgen kommt ein video von minecraft pocket edition ich und mein bruder haben ein objekt gebaut ein cooles objekt das wird euch gefallen also auf das einfach zu fassen magierstab oder so soll bitte ich weiß nicht wie das heißt aber das ist schon mal cool man braucht dazu keine munition ich habe ihn getötet sieg ok noch mal zum kampf werden das team aber ich bin alleine das schon mal scheiße alleine kann ich die auch platt machen zu zweit und ja leute bald kommt helloween nicht so weit aber bald kommt auch helloween ich freue mich auch so sehr es kommen updates halloween updates neue maps neue halloween wachen das finde ich immer nice auch die veränderung auch sowieso ein update also diesen monat noch ich bin neugierig wir alle sind neugierig was da kommt mal schauen ich hab auch wenn wir das ich hab auch ein video dazu gedreht kasschen kleines update ganz gerne abchecken auf meinen knall meiner ok das ist hier sind die die waffner eine bombe ok das liegt da die bernwälder die bernwälder die bernwälder die bernwälder boah endlich da schießt das nicht keiner es tut mir leid, wenn es ein bisschen läuft, ich suche jetzt auch eine Aufnahme, die noch besser ist. Ich benutze gerade der Screen Recorder Pro in der Weltmannschaft ein Video dazu, wie die Aufnahme installiert wird. Es gibt keinen Cut zu machen, das sind die Scheiße, weil wenn sich was ladet oder so, dann kann man nicht warten, das Video war einfach ohne Sinn zu lang. Okay, da war, aber das ist ein Cut, einfach Cut machen und dann weiter spielen. Haben wir es zerstört? Nein. So. Ich habe mich erledigt mit Sniper. Prototyp, wir müssen uns das auch, wir haben gar kein Scharfschützengewehr. Wir müssen uns das auch kaufen. So. Scheiße, nein! Nein! Das ist der nicht in den letzten Sekunden gewinnen! Nein! das ist schon schade die letzten sekunden haben ja verloren das ist ja nein danke das will ich mir nicht momentan kaufen ich habe auch nicht genug gewinnen dazu das war's mit dem video danke fürs zuschauen lasst ein abo da und einen daumen nach oben und wie gesagt morgen kommt ein video mit meinem großen bruder wo wir ein objekt gebaut haben ein cooles objekt und das werden wir uns das werden wir euch mal präsentieren also bis bald und tschüss